herzlich willkommen leute zum naja vielleicht letzten podcast zum thema kingdom hearts vielleicht ich weiß nicht ob die da nicht noch weitermachen ob da nicht noch was kommt ob da nicht noch dlc ist kommen auf jeden fall geht es diesmal um den aktuellen dlc und weil ich gar keine ahnung habe und davon aber ganz viel und mich das auch nicht davon abhält diesen podcast zu machen gebe ich jetzt an den thomas weiter den game night lp ja hallo oh gott ja letzter dlc ob da noch einer kommt ja für kinder matz trainer ist überhaupt ein dlc kommt die lc gibt mich eigentlich kein wunder das ist ja heute zum guten ton ja oben schon ja kennst du den wenschen den namen von dem dlc ich weiß absolut nichts ich weiß dass sora vorkommt und ich weiß den namen ging dem harz ja der dlc heißt wie meins dass man sich zurück erinnert du triffst es eigentlich auf den punkt das war dann auch der ganze podcast leute das war's dann lasst ein abo da das geht wieder so verschreckt man zuschauer also worum geht es also in wie meint geht es darum der ist in drei parts aufgeteilt also drei parts meint jetzt schept das oder nee also es gibt wie man diese den aktuellen der also der hauptteil bild der bisschen story content beisteuert und dann gibt es noch zwei episoden mit ja boss kämpfen und auch noch ein bisschen story fangen wir am besten mal bei wie man das wird wahrscheinlich der fahrt fern der ein bisschen umfangreicher ist weil die anderen bilden sind schnell weggefrühstückt wie man fängt da an wo king harz 3 endet an dem punkt wo zora kairi zurückholen möchte und so war eben verbotene wege geht die er nicht gehen sollte weil das alles konsequenzen hat was bei kingdom hat sehr sehr dehnbar ist konsequenzen deswegen ja er reist in die zeit zurück ab den anfang von der letzten start sieben wäsche des lichts gegen die 13 zu wo der finsternis und versucht eben da in dem er in der zeit zurück reist kairi zurück zu holen die er von sehr nutzigkeit abgemotet 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 wurde ja ja ich muss mir gewöhnen spoiler alert feuer es gibt ja alle leute aber stopp es haben so die meisten leute schon gespielt ich nicht ja es tut mir leid es lohnt sich trotzdem zu spielen so also ich spiele es irgendwann mal ja und ja der dlc ist sehr viel mit boss kämpfen gespickt was jetzt nicht schlecht ist um gottes willen weil da manche boss kämpfe wirklich so in neuen form sie ist weil da mit anderen charakteren dann kämpfen kannst die in die mit denen im hauptspiel nie kämpfen kannst also steuern kannst man kann andere genau man kann andere charaktere steuern wie zum beispiel riko oder aqua oder roxas oder kairi kairi kann man in dem dlc auch spielen in einem bosskampf und man kann dann auch als kleine welt quasi kann man skala et kailum mehr erkunden als man es im hauptspiel eigentlich kann im hauptspiel ist es so dass du kommst nach skala et kailum weil eben der letzte kampf gegen searnot stattfindet und du schaffst es gerade mal auf den durchplatz wo dann die 13 inkarnationen von searnot auf immer auftauchen aus dem nichts und in dlc kannst du da mehr erkunden weil die welt eben größer gemacht worden ist und wenn man dann in wie man diese in skala et kailum ist hat man die aufgabe sieben splitter von kails nicht sieben fünf splitter von kails herzen zusammen und ist so ein bisschen gekoppelt mit kämpfen und mit kräften rätseln die einfach zu lösen sind was ganz nice ist nicht nur dass man mehr von der welt sieht in seiner pracht und fülle ja und wenn man skala et kailum fertig hat mit den indem man dann kairis herz aufgesammelt hat muss man auch zwei splitter finden die in boss kämpfen verwoben sind und die letzten zwei boss kämpfen sind sehr interessant weil du ab einem punkt wo ich so moment hast mit mickey weil vor die anderen die ja beim letzten kampf dabei waren dann die 13 inkarnationen von searnot erst mal ab werden müssen dann alle in schüsseltächer gezogen werden und mir geht dann der einzige noch ist dass ich dann den den 13 leutchen da werden muss und diese ganze sequenz die ist so gut gemacht es ist einfach fantastisch und ja so rettet die dann worauf er dann das nächste herzteil von kairi bekommt und dann gibt es auch mal eine abschlusszeit mit searnot und seiner rüstung und da kann man dann auch mit kann man kairi übersteuern und meine fresse die geht ganz schön ab im kampf im hauptschwert ist das nicht so gezeigt aber im dlc heidelwitz kann doch was man kann ja wenn es aber das selbe kampfsystem noch das ändert sich so nicht oder ist noch sehr bekann system es ist eigentlich noch dasselbe gameplay mechaniken und alles sind neue team angriffe dazugekommen in den boss kämpfen aber sonst im kernelement so geschaut dasselbe aus dem kingdom hearts 3 dann lebst und dann auch kommst so jetzt noch kurz zum schluss ja so hat es natürlich schon geschafft kairi ist gerettet wir freuen uns alle hurra und dann die cutscene die man auch in kingdom hearts sieht jetzt mit ein paar szenen ergänzt wo dann kairi und so im hintergrund sind und 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 dann am schluss passiert natürlich was passieren muss so auch verschwindet war dann die konsequenzen vertragen muss und das war so im kern der wie mein dlc hier erstes stück davon ja und wenn man das dann durch hat schaltet man eine episode frei was denkst du was in der episode ist das ende schön was ne man schaltet danach die limit die limit episode limit cut episode frei zumindest man hat dann die datenkämpfe wieder der technik geht es dann damit weiter dass rico versucht so zu finden und sie haben pro daten die sie jetzt versuchen zu entschlüsseln und da muss man erst ein paar datenkämpfe machen und wisst du was das lustige an datenkämpfen ist die sind verdammt schwer ja also in kingdom hearts zwei finalmix gab es die auch schon datenkämpfe gegen gegen die organisation 13 mitglieder ist eigentlich im grunde dasselbe wie nur zwei du musst 13 datenkämpfe machen und wenn du die dann erfolgreich absolviert hast geht natürlich so weiter und schaffen es dann durch etwas port daten zu analysieren dann kommt noch die gute feder zu und dann ja ist dann rigor an den unbekannten ort den ihr kennt äh wird von einer mysteriösen gestalt von dann beobachtet und wenn man das durch hat kommt dann die geheime episode und die geheime episode fängt damit an dass sora in der finalen ne nicht in der finalen welt sondern in der letzten welt ja leute die heißt wirklich so die letzte welt und da ist in die ferne ruft und irgendjemand antwortet auf seinen rufen und es ist dann die hauptfigur des spiels berum rex was du ganz am anfang von der toy story welt siehst weil der ersten bewerbung davon entfernen läuft und ja es ist dann natürlich auch ein bosskampf und da gibt es dann zwei enden wenn du den bosskampf verlierst ja ist dann so weg weg er ist weg er ist dann wirklich weg dann kommt dann eine szene wo dann wo dann du sora im auto sitzt das geil an der szene ist das sieht genauso aus wie eine szene aus dem trailer von final fantasy versus 13 ok ja ja und wenn sora gewinnt eigentlich ist sora da dann hörst du die beiden reden die sora sitzt immer noch im auto und dann wird so ein bisschen so ein bisschen dargestellt als wer ist sora sora und sora wer ist sora und es würde irgendwie im kopf abspielen irgendwie sowas das ist ja ganz strange das war eigentlich so man konnte der dlc es ist es ja die die szene wirft mehr fragen auf als er beantwortet ok klingt also eher so als ob es wieder weiter gehen wird ich denke ja ich denke es wird wieder ein teil geben irgendwie ist da irgendwas durchgesäuert ich weiß es nur gerade nicht irgendwie irgendwas durchgesäuert dass sie irgendwie ein teil machen muss dann sich wieder mit na sehr nords behandeln bloß in seiner jugend irgendwie aber ich weiß nicht ob es stimmt das gerüchte küche deswegen mal abwohnen was kommt aber ja es wird definitiv spannend bleiben bei kingdom house wenn ein urteil kommt ist irgendwas am kampfsystem anders geworden insgesamt ist alles so wie es die ganze zeit war es ist alles es ist alles so wie es die ganze zeit war hat sich auch nicht wirklich viel geändert kannst immer noch deine deine keyblade transformation deine limit angriffe und deine partner angriffe sind nämlich wie gesagt nur neue partner angriff in den boss kämpfen dazu kommen wenn du eben zum beispiel aqua steuerst dann macht so einen angriff mit rocks die roxas ich wechsel die immer ventus wo wo er auf sein schlüsselschwert steht und sie vereist das schlüsselschwert und er surfe dann erstmal damit durch die luft und liegt dann querschnitts auf den gegner und der vereist dann erstmal zum beispiel eins was dann neu dazugekommen ist oder kai und sora die jetzt den letzten kampf beschreiten müssen die haben auch ein sehr geiles geilen angriff das sieht dann wirklich so aus als hätten die engels flügen auf einer seite sora eine flüge und auf einer anderen seite kai eine flüge und die fliegen querschnitts oft quer zu zu den gegnern das sieht auch richtig geil aus aber sonst ist jetzt nicht wirklich viel am kampfsystem geändert worden es deutlich hat es vor plötpunkte dazu bei dazu dazu gekriegt dazu gekriegt genau sonst hat sich nicht viel verändert würdest du jetzt sagen dass man ein paar punkte aus gegen dem harz nur versteht mit dem dlc also dass das schon für leute die 100 prozent handlung haben wollen notwendig wäre oder meinst du das ist einfach nur so eine nette reingabe ähm das ist eine schwierige frage ist immer schwierig zu beantworten also der dlc tut definitiv story punkte hinzufügen die paar handlungen die dann zum schluss passieren beziehungsweise am ende dann ähm gemacht werden weil eben entscheidungen von charakteren getroffen werden wird definitiv ergänzt und ich kann jetzt nur von mir reden also ich würde definitiv jeden den interessieren empfehlen weil er wirklich gut gemacht ist und er bringt auch ein paar also wenn man so so ja gerne schwere boss kämpfe zum beispiel mag dann ist das der dlc dann ist der perfekt dafür weil mit den daten kämpfen und mit dem kampf gegen den osora das sind boss kämpfe zum beispiel die sind echt schwierig und besonders bei osora ich hab da das gefühl gehabt das ist das schwerste also nicht nur die tatsache dass der typ dir dein schlüsselschwert klauen kann das dann erstmal nicht mal angreifen kannst das ist schon ein ding ist der auch richtig gut aber wie gesagt das ist nur meine meinung jeder tut das irgendwie jeder hat da seine andere meinung aber ich würde es definitiv empfehlen er klingt auf jeden fall interessant ja sonst wärs eigentlich wärmer eigentlich durch das war eigentlich der dlc ich hab ja gesagt das wird nicht so lange gehen das wird so das kürzeste ding sein von dem ganzen wie lange war der ungefähr denn eigentlich von der zeit also die story dings ging kannst so vier, viereinhalb stunden rechnen und die datenkämpfe und den osora könnten so ein bisschen länger gehen also da möchte ich jetzt keine zeit sagen das kann länger gehen weil die auch schwer sind und die manchmal wiederholen musst ja ok keine ahnung aber sonst so lang ist der jetzt nicht also ja also story technisch ist ja vier und halb stunden kann man schon so rechnen wenn man richtig gut ist vielleicht noch kürzer aber sonst ja er ist nicht lang aber dafür ist er richtig gut ja gut ja dann vielen dank ich wollte gerade fragen hast du noch ein paar fragen das war eigentlich alles so ich habe mir praktisch notiert gehabt das war eigentlich alles vielen dank für deine einschätzung ja also interessant klingt auf jeden fall es ist definitiv interessant es bringt paar gute storypunkte das ist für mich der punkt warum ich mich nicht so rand trauern kingdom hearts weil das ja ja das ding ist du musst wirklich du musst wirklich ab kingdom hearts 1 spielen also du musst so spielen wie die story verläuft dann fängt es bei dörfbar sieb an und es sind ja auch die ganzen dlcs oder die ganzen ableger meine ich wo auch noch irgendwas dazu beitragen also das ist ach ja du ja wenn du wirklich storytechnisch so gehen willst wie die story wirklich verläuft dann musst du mit dörfbar sieb anfangen und dann kommt kingdom hearts dann kommt oh man alles ok thomas ja ja bei mir ist gerade irgendwie handwerker zugange ja ich höre es ist nämlich eine ganz ganz schön brutale störung gewesen gerade ja ja ich hoffe da hört es ja wieder auf ok er hört man bitten oh gott ja ne jetzt gehts mir los ja ist glaube ich besser wenn wir an der stelle unterbrechen wir haben ja eigentlich alles gesagt reine güte also gleich hast du einen durchbruch bei dir in der wohnung ich hab gleich einen durchbruch ja 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 ich verabschiede mich schon mal gut gut thomas dann vielen dank und ja ich freue mich auf den nächsten podcast da haben wir auch schon ein thema ja haben wir schon ein thema nur unser dritter gast fehlt noch also wenn derjenige das hier sieht kann er sich bitte mal melden ja ok dann macht's gut leute schaut gerne auch bei einem anderen podcast vorbei den ich mit thomas hatte das war wesentlich will der ging nur zwei jahre und ja ich würde sagen bis zum nächsten mal o ein alle